Ich bin hier jetzt auf der After-Show-Party und es ist gerammelt voll, also es wird glaube ich ziemlich cool. Ich bin gespannt, welche Promis wir heute so sehen und ja, ich glaube ich stürze mich einfach mal in die Menge. Also, kommt mit! Hallo, gefällt es Ihnen heute Abend? Ja, es ist ein wunderschöner Abend, einen wunderschönen Eröffnungsfilm und Albert Wiederspiel hat wieder mal einen sehr guten Job gemacht. Wie fanden Sie denn den Film? Ich fand den sehr gut, großartig. So, wir haben es jetzt doch noch geschafft. Wir haben die Hauptdarstellerin aus dem Film Goodbye und mit der werde ich jetzt ein kleines Interview führen, also kommt mit! Wie war die Arbeit mit dem Regisseur? Sie sagt, es war absolut großartig und sie hat auch schon mit sehr vielen Leuten gearbeitet, aber mit ihm war es wirklich sehr, sehr gut. Und auch in den schwierigen Zeiten des Films hat er es immer geschafft, quasi das alles total großartig über die Bühne zu kriegen und sie ist sehr begeistert. Wie viel Ihrer eigenen Geschichte steckt in der Rolle? Wie viel ihr Film habt? Alle Rollen, die in dem Film existieren, gewisserweise von den Leuten auch, die den Film gemacht haben, dass da immer Teile drin sind und dass es auch natürlich hilft, wenn man einen Film macht und auch von seinen eigenen Erfahrungen schöpfen kann. Also es ist auf jeden Fall auch in diesem Film was von ihr drin. Also es ist auf jeden Fall auch in diesem Film was von ihr drin. Denn auf der ist mittlerweile mächtig was los. Ihr müsst leider jetzt nach Hause gehen, aber ihr könnt ja morgen wieder reinklicken. Ich freue mich auf euch. Bis dann! Bis dann!